Wie wir schon sagten, ist mein Inhalt auch Ihr Inhalt. Er unterscheidet sich nicht wesentlich. Geringfügig modifiziert, gemäß gewisser Tendenzen, die von der Prägung ihrer Umgebung abhängen, ist es im Wesentlichen dasselbe Bewusstsein. Wenn der Mensch dieses Bewusstsein nicht ausleert, besteht dieses Bewusstsein weiter wie ein Fluss. Ansammeln, anhäufen, all das geht weiter. Und jemand, der das Bewusstsein beobachtet, angeschaut und entleert hat, er gehört in keiner Weise mehr zu diesem Fluss. Dann lebt er jeden Moment aufs Neue. Denn er stirbt jeden Moment. Verstehen Sie? Das Ich kann nichts mehr ansammeln. Es ist wie eine enorme Energie, die immer in Aktion ist. Ich kann nichts mehr machen.